Hier steht er also, der Hof, der Hofstadt, vorn König Ignaz, ein Mann voll im Saft. Was willst du, Mensch? Heißelüter, Moment, komm, Herr, gib ihm hundert, er soll wissen, wer sein Herr ist. Schaut das kleine Luther schon dort, ein Leckerbissen, also Prinz, tun wir, was wir tun müssen. Wenn man die sieht, kriegt man Lust, wie sie mit den Fingern spielen. Ich nehme niemanden hoch. Wie, du nimmst dich hoch? Wir sind zu verliegelt. Was? Ich pfeife auf alles, ich heirate und schritte. Ich bin gar nicht beleidigt. Sie ist nicht dumm, sie ist nur in einer dummen Lage. Hallo Kinder, seien wir alle da? Hier kommt der Kasperler. Sie, sie lieben sie, Ivole, es hat sich jemand gefunden, der dich liebt. Was für ein Duell, meine Damen und Herren, da wird geblickt und geblickt, da wird sich nichts kürzen. Es ist so weit, man kommt zum Schluss. Alle sind versammelt. Besser verschwinden, Fische tauchen auf. Hilfe! Und auch der Prinz fliegt nieder. Es gab einen Anfang und es gibt ein Ende. Der Kreis schließt sich.